Musik Herzlich willkommen meine lieben Bienen und Naturfreunde hier zu einem weiteren neuen Kurzvideo auf nordbiene.de Derzeit ist es ja wieder in aller Munde, Bienenschutz, Artenschutz und ganz viele Menschen wollen Imker werden. In diesem Video möchte ich mit einigen Statements auf einige Besonderheiten hierbei hinweisen. Schaut es euch gerne an, was wir hier bedenken sollten, wenn wir wirklich Imker werden wollen und was wir vielleicht noch für Möglichkeiten haben, der heimischen Bienenwelt ein bisschen unter die Arme zu greifen. Bedenken sollten wir hier dabei, dass die Honigbiene nur eine einzige Art und somit einen ganz kleinen Ausschnitt unserer vielfältigen Bienenwelt hier in Deutschland und Mitteleuropa darstellt. So, und wenn ihr euch nach dem Schauen dieses Videos immer noch entschieden habt, Imker zu werden, dann solltet ihr nochmal den Abschluss dieses Videos euch zu Herzen nehmen. Viel Spaß bei diesem Video und schreibt mir gerne eure Gedanken und eure Kommentare unterhalb dieses Video in die Videobeschreibung. Ich würde mich sehr freuen. Thema Bienenhalten, um einen Beitrag zum Naturschutz zu leisten, sei es mir erlaubt, auch hier noch ein paar Worte drüber zu verlieren. Wir müssen dabei bedenken, die Honigbienen, so wie wir sie hier sehen, die gehören zu den landwirtschaftlichen Nutztieren. Sie bedürfen einer artgerechten und imkerlich qualifizierten Haltung und einer Betreuungsarbeit, die manchmal recht intensiv sein kann. Honigbienen, so wie wir sie hier sehen, gehören in Europa und in Deutschland mit Sicherheit nicht zu den vom Aussterben bedrohten Tierarten. Und der Imker, der versucht natürlich im Frühling seine Völker auch massiv zu vermehren, zu verkaufen, Völker zu verschenken und so weiter. Einen Mangel an Honigbienen in unserer Landschaft gibt es hier überhaupt nicht. Was wir natürlich für die Natur machen können, und das praktiziere ich hier seit 30 Jahren fast schon im Garten, auspflanzen und ansiedeln von heimischen Wildpflanzen. Dazu gehören Einjährige, dazu gehören auch Stauden, Rheinfahren zum Beispiel. Dazu gehören aber auch Bäume und Sträucher, wie wir hier im Hintergrund sehen zum Beispiel. Ich habe hier ganz viele Kätzchenweiden ausgepflanzt, vermehrt Haselnussbüsche, Eichen, auch Birken stehen hier. Ganz viele Obstbäume, Äpfel, Birnen, Süßkirsche habe ich auch hier. Dann einige Sträucher der schwarzen und der roten Johannisbeere und viele, viele andere Pflanzen heimischer Natur. Ich habe natürlich auch exotische Pflanzen, das gehört natürlich auch manchmal in den Garten. Aber 90 Prozent meines Grundstücks hier, die sind doch der Natur überlassen. Und das ist genau das, was die Wildbienen vor allem brauchen. Es geht hier um den Schutz der Wildbienen. Aber in Deutschland kommen hunderte verschiedener Wildbienenarten vor. Das sind Sandbienen, Mauerbienen, Erdbienen, das sind aber auch Grabwespen, Blattschneiderbienen und so weiter und so weiter. Und viele dieser Insekten, die sind auf ganz spezielle Blüten angewiesen, auf die sie sich innerhalb der letzten Millionen und Hunderttausenden von Jahren eingestellt haben. Also ist es wichtig, hier gerade im Garten so viel Natur wie möglich zuzulassen. Und dazu gehört eben auch unter anderem das Anpflanzen und das Vermehren von heimischen Wildpflanzen. Ja, und was wir natürlich auch für die heimischen Wildbienen tun können, wir können hier solche Wildbienenhotels aufhängen, also Baumstumpfen oder auch Äste mit künstlich erschaffenen Astlöchern. Da sitzen dann die Wildbienen drin, die vermehren sich hier. Wildbienen sind ja Solitärbienen und jedes einzelne Weibchen besiedelt hier eine oder mehrere Röhren, lagert dort Pollen ab, verschließt das Ganze mit einem Wachsüberzug, nachdem sie in jede Röhrchen, in jede Röhre ein Ei gelegt hat. Über den Winter entwickelt sich hier die Made und im späten Frühjahr schlüpfen hier dann die ersten Wildbienen. Also solche Baumklötze verschiedenster Art, die können wir hier überall ganz massiv aufhängen, möglichst regengeschützt und möglichst in voller Sonne, denn diese Wildbienen, das sind alles Kinder des Südens, die brauchen Wärme und die brauchen Sonne für ihre Entwicklung. Was können wir noch tun? Wir können hier auch Hornissenkästen aufstellen, um Hornissen einen gewissen Nistmöglichkeit zu geben. Hornissen leiden ja unter dem Mangel an geeigneten Nistmöglichkeiten. Hohle Bäume sind extrem selten geworden und da können wir auf jeden Fall mit Hornissenkästen nachhelfen, diese wirklich bedrohten Tiere in ihrer Existenz zu unterstützen. Von daher, Hornissen gehören auch dazu und es sind wunderbare Tiere. Ich verlinke hier oben rechts zu einem Video. Hier habe ich ein Hornissen-Nest vor zwei Jahren beobachten können. Und das sind wirklich imposante Tiere und die gehören natürlich auf jeden Fall zu unserer Natur dazu. Von daher Wildbienenschutz, Wespenschutz, es gibt auch gefährdete Wespen und auch Hornissen- und Hummelschutz ist hier ganz wichtig. Da können wir tatsächlich die Arten und die Natur unterstützen. Ja, liebe Bienenfreunde, soviel meine Statements zu dem Trend. Ich möchte Imker werden, um der heimischen Bienenwelt zu helfen. Wie wir gesehen haben, gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten und Verfahren, der Artenvielfalt hier zu helfen und die Artenvielfalt zu unterstützen. Vor allem gehört dazu natürlich, Nistmöglichkeiten für unsere heimischen Wildinsekten zu schaffen und eine entsprechende Nahrungsgrundlage zu bieten, nämlich durch das Anpflanzen von heimischen Wildpflanzen. Das ist wirklich die Grundlage jeglicher Existenz der heimischen Insektenwelt. Dazu gehört auch, dass wir möglichst viel Grundstück der Natur überlassen und wenn das schon nicht auf Äckern und Wiesen geschieht, dann doch zumindest in unseren Privatgärten. Wir haben ganz viel Fläche und ganz viele Möglichkeiten hier der Natur unter die Arme zu greifen, indem wir einfach der Natur freien Lauf lassen. So, und wenn ihr jetzt immer noch Imker werden wollt, dann schaut euch bitte auch gerne auf diesem Kanal näher um. Es kommen zunächst erstmal ganz erhebliche Kosten auf euch zu, durch die Anschaffung von Gerätschaften, von Bienenbeuten und so weiter und so weiter. Man muss auch ganz viel lernen als Imker. Gerade der Einstieg ist hier sehr schwierig. Sehr viel Theorie gehört dazu, aber auch natürlich Praxiserfahrung. Und es werden auch Fehler gemacht. Wir alle machen Fehler und wir alle lernen auch niemals aus. Es gibt immer noch was dazu zu lernen. Fehler gehören dazu und mit Fehlern gehen natürlich auch Rückschläge einher. Das alles muss man wissen, wenn man hier Imker werden will. Hinzu kommt natürlich noch neben den Kosten eine ganz erhebliche Zeitinvestition. Wir brauchen sehr viel Zeit, um uns um unsere Bienen zu kümmern. Die Monate Mai, Juni, Juli, August, das ist hier die Arbeitsspitze und wir müssen uns darauf einrichten, dass wir in der Zeit nicht mehr in den Urlaub fahren können. Des Weiteren brauchen wir Hygienemaßnahmen. Wir müssen die Bienen füttern, wir müssen sie gegen Krankheiten behandeln, ganz massiv. Und das alles müssen wir bedenken, wenn wir uns mit dem Gedanken tragen, in die Imkerei einzusteigen. So, und wer jetzt immer noch Imker werden will, nach all dem Gesagten, dem möchte ich hier noch einige Tipps mit an die Hand geben, wie man dies am besten hinbekommt. Erstens würde ich empfehlen, dringend Literatur zu kaufen. Kauft euch ein schönes Imkerbuch, in das ihr euch verlieben könnt. Ich habe auch die Imkerei vor 40 Jahren mit einem Imkerbuch angefangen. Damals war es das kleine Handbuch praktische Bienenzucht, aber das ist natürlich komplett aus der Zeit gekommen. Also Literatur kaufen und so viel wie möglich darin lesen. Als zweites würde ich empfehlen, einem örtlichen Imkerverein beizutreten. Viele Imkervereine veranstalten auch im Sommer, also in der warmen Jahreszeit, regelmäßig Imkerveranstaltungen. Sie bieten auch manchmal Vorträge an oder auch Lehrgänge und so weiter. Und man kann hier auch Imkerfreunde kennenlernen aus der Region. Und damit wäre ich auch schon beim zweiten oder beim dritten Tipp vielmehr. Lacht euch einen Imkerfreund an. Ich nutze nicht so gerne das Wort Patenimker, aber ein Imkerfreund, der vielleicht schon ein bisschen längere Erfahrungen hat, ein paar Jahre, der kann einem hier richtig weiterhelfen. Ja und als viertes würde ich empfehlen, Bienen aus der Region zu kaufen. Fangt einfach an mit den Beuten und mit dem Rähmchenmaß, das in eurer Gegend vorkommt. Kauft euch zwei bis drei Bienenvölker für den Anfang und dann kann es auch schon losgehen. Facebook, YouTube und Internetforen sind bei weitem nicht alles. Man kann da mal reingucken, aber das Niveau, gerade bei Facebook, ist doch relativ niedrig. Das heißt, das Fachwissen ist dort nicht sehr ausgebreitet. Auch YouTube und Imkerforen bieten eine relativ große Fülle an, an Meinungen und Darstellungen. Und da ist es dann die Schwierigkeit, das rauszufiltern, was wirklich hilfreich ist. So, weiter geht's. Das wollte ich noch gesagt haben. So, liebe Bienen und Naturfreunde, das war es erstmal heute von mir zu diesem Thema. Bleibt gerne dabei auf diesem Kanal, dann bekommt ihr auch nebenbei etwas mit, wie wir hier unsere Honigbienen am besten versorgen. Ich sage immer wieder, meine Videos stellen eigentlich keine Tutorials dar. Aber das kann YouTube gar nicht leisten. Das kann man in neun bis zehn Minuten überhaupt nicht bringen hier. Aber man kann schon sehen, wie man hier mit den Bienen umgeht. Und einiges kann man sich vielleicht abgucken und das würde mich sehr freuen. So, ganz herzlichen Dank, dass ihr noch bis zum Schluss durchgemacht habt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf nordbiene.de. Dankeschön. Tschüss.